Hallo, schönen guten Morgen, Happy Friday, Happy Weekend wünschen wir euch. Wir hoffen, ihr seid schon alle ganz gut in den Tag gestartet. Ja, heute ist Friday. Friday heißt Heide und draußen strahlt die Sonne zumindest bei uns. Bin ich schon mal froh drum. Ja, für uns geht es heute nach München. Wir freuen uns sehr. Wir sind nämlich auf dem Vino Kilo Pop-Up Store Event in München und ich glaube, das wird sehr cool. Ihr könnt euch übrigens auch, wenn ihr hochwischt, wir verlinken euch die Tickets hier. Also der geht noch heute und auch morgen und wir freuen uns sehr. Und wir sehen auch Matthias und Patti wieder. Also wir haben uns auch schon gefühlt. Schon ewig her, gell? Ich kann mich gar nicht sagen, wann war das denn im Sommer irgendwann, oder? Als wir in der Issa waren. Stimmt, das war das letzte Mal. Nee, wir waren noch mal essen, aber da war Matthias nicht dabei. Also Matthias haben wir echt auch schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen freuen wir uns auf ein Wiedersehen, wünschen euch ein ganz schönes Wochenende und jetzt geht's los. Wir haben jetzt auch schon Outfits gefunden. Also der Pullover ist hier. Hier habe ich die Hose. Du hast ein Hemd. Ja, ich finde, ich liebe Hemden aus Vintage stores. Einfach, die kriegst du nirgends. Ja, das ist sehr schön. Das ist cool. Ich bin mir unsicher mit der Hose. Die ist zwar cool, aber irgendwie ist die sehr oversized. Ja, aber ich finde, das sieht echt extrem interessant auch aus. Ja, sehr cool. Du hast so eine coole Cheap-Cheap-Cheap-Cheap-Cheap-Cheap-Cheap-Cheap. Ja, du musst noch mal zeigen. Die passt zwar jetzt nicht zu der Hose, aber auch die Sonne ist geil. Ich liebe es für den Frühling auf jeden Fall. Sehr schön. Cool, ja. Sehr schick. Ich kenne dir wieder Musik und ein bisschen tanzen. Wir die ganze Zeit so, ah, wir vermessen es so. Wenn hier die ganze Zeit so elektro läuft, wir so, ah, wir wollen auch wieder feiern. So, wir sind jetzt noch dabei, Matthias zu helfen, für welches Hemd oder ob er sich entscheidet. Und das ist nicht Cowboy, sondern eher Indianer. Oder das hier. Saure Indianer. Also ihr könnt ja mal sagen, braun oder Jeanshemd. Ich will mich ein bisschen neu erfinden, deswegen. Ja, also vom Stil her gehen beide in die ähnliche Richtung. Schwierig. Schwierig. Deswegen, wir brauchen mal eure Hilfe. Also ich muss sagen, Partys und meine Wahl fällt ja eher auf das hier. Mal gucken. Ja, okay, ich glaube dann. Oder mal lieber. Warte, warte, bleibst du mal so, bloß ein bisschen auseinander. Ja, okay, ich glaube dann, 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 ich Vielen Dank.